Ich bin die Sina und der Marc und ich, wir machen heute an Heiligabend einen Eggnog. Das machen wir immer schon die letzten paar Jahre und jetzt wollten wir einfach euch das mal zeigen, wie das so geht. Hey Leute, wie euch die Sina, weil wir wahrscheinlich schon gesagt haben, machen wir heute diesen Eggnog, weil wir machen das die letzten paar Jahre und jetzt wollten wir euch einfach mal zeigen, wie das funktioniert. So, ich zeige euch jetzt noch die Zutaten, die wir für diesen Eggnog brauchen. Und zwar haben wir hier Rum, Milch, Vollmilch, Zucker, Eiweiß und Eigelb und das ist der Rum, der nachher reinkommt. Und zudem haben wir noch Gewürze, Ingwer, Zimt und so eine Weihnachtsgewürzmischung und natürlich Vanille und Schlagsahne brauchen wir auch dazu. So, jetzt nehmen wir die 6 Eigelb, machen sie in die Schüssel und dazu 200 Gramm Zucker. Hallo, die Eier wurden jetzt 5 Minuten lang gerührt mit dem Zucker und das ist jetzt so eine hellgelbe Masse geworden. So, jetzt nehmen wir die 700 Milliliter Milch und die 300 Milliliter Sahne, die schütte ich jetzt in den Topf und erhitze sie. So, da müsst ihr aber aufpassen, dass die Milch und die Sahne nicht kocht, deswegen haben wir hier auch noch ein... Also, da haben wir dann einen Thermometer, wo die Temperatur angezeigt wird, weil es darf nicht kochen. 3. Hallo, und jetzt in der Zwischenzeit, weil was macht man mit den ganzen Eigelben? Dann schlagen wir die einfach zu Eischnee als Dekoration oben auf den Eckknock drauf. So, jetzt haben wir den Eischaum geschlagen, der muss auch nicht unbedingt super steif sein. So, jetzt machen wir die Gewürze noch zu der Milch und zu der Sahne, die Gewürze von vorher, wo der Marc euch schon gesagt hat und die Vanilleschote und dann haben wir noch ein bisschen frische Muskatnuss gerieben. Das kommt jetzt alles zusammen in den Topf. Ihr könnt auch gern noch die Vanilleschote reinwerfen. Und jetzt rühren wir das Ganze. So, jetzt gucken wir mal nach der Temperatur. So, 80 Grad bis maximal 90 Grad darf es haben. Das wäre optimal. Und jetzt sind wir schon bei 60. Ja, ein bisschen kann es noch brauchen. Hallo, jetzt ist die Milch bei 80 Grad ungefähr, die Milch-Sahnemischung ca. bei 80 Grad. Und jetzt können wir anfangen. Und jetzt können wir anfangen, unsere Ei-Zuckermasse, durch unseren Eggnog unter ständigen Rühren, wird diese Ei-Zuckermasse hinzugefügt. Durch die Hitze und durch das Ei wird unser Eggnog verdickt. Und das duftet so fein. Also, jetzt ist die Eiermasse eingerührt und umso länger ihr das bei 80, 90 Grad einrührt und heiß werden lässt, umso dicker wird im Endeffekt die Masse. Drei. So, wir haben jetzt eine Weile gerührt und haben jetzt eine Temperatur von 85 Grad. Und wir sind ziemlich zufrieden mit der Konsistenz von dem Eggnog. Und jetzt kommt unser Alkohol dazu. In diesem Fall haben wir 100 Milliliter chamaitanischen Rum und 100 Milliliter kubanischen Rum. Und den geben wir hier dazu. Und dann nimmt man den Topf direkt vom Herd runter, dass es nicht mehr kochen kann. Ihr könnt aber auch jeden anderen Alkohol dazu verwenden. Kognak oder Whisky, worauf man Lust hat und wie viel man möchte. So, und hier seht ihr unseren fertigen Eggnog. Und wer möchte, kann noch ein bisschen frisch gemahlenen Muskatnuss drüber machen. Sieht auch immer ganz nett aus. So. Mh, das sieht ja wirklich lecker aus. Mit dem Eischaum. Und das war unser Video. Ich wünsche euch noch schöne Weihnachten und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das ist unser wundervoller Eggnog. Und ich probiere jetzt einfach mal. Mh, schmeckt hervorragend. Und das war unser Video vom Eggnog. Und ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und ein frohes neues Jahr. Bis bald.